Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr implantiertes in Gerät aufladen können. Lassen Sie uns zunächst die Komponenten Ihres Ladesystems betrachten. Das Ladesystem besteht aus dem Ladegerät, einem Netzkabel, einem Ladegurt und einem Ladeholster. Vor der ersten Aufladung ist es eine gute Idee, das Ladegerät vollständig aufzuladen. Dies kann bis zu sechs Stunden dauern. Durch diesen Schritt wird sichergestellt, dass Sie während des Aufladens Ihres implantierten Geräts nicht unterbrochen werden. Um Ihr Ladegerät aufzuladen, schließen Sie einfach das Netzkabel an Ihr Ladegerät an und stecken Sie es in eine normale Wandsteckdose. Sie sollten nur das mitgelieferte Netzkabel verwenden. Nachdem Sie Ihr Ladegerät eingesteckt haben, leuchtet ein orangefarbenes Licht an der Seite des Ladegerätes auf. Dies zeigt Ihnen an, dass das Gerät lädt. Wenn das orangefarbene Licht erlischt, ist das Ladegerät vollständig aufgeladen und einsatzbereit. Wenn Sie Ihr implantiertes Gerät nicht aufladen, lassen Sie das Gerät im Stromnetz, damit es immer vollständig aufgeladen ist. Das Aufladen Ihres implantierten Geräts kann unterwegs oder in jeder bequemen Position erfolgen. Sie haben die Wahl. Wenn Sie bereit sind, Ihr implantiertes Gerät aufzuladen, entfernen Sie das Netzkabel vom Ladegerät. Legen Sie das blaue Ladepad in den Netzbeutel des Ladegurtes. Das blaue Ladepad sollte über Ihrem implantierten Gerät ausgerichtet werden. Sie können Ihr implantiertes Gerät durch die Kleidung aufladen. Es ist nicht notwendig, das blaue Ladepad direkt auf die Haut zu legen. Auf der Vorderseite des Ladegeräts ist eine Taste, mit der Sie das Laden starten können. Die Anzeige der Antennenstärke und die Anzeige für den Ladestand des Stimulators. Halten Sie die Starttaste gedrückt, um eine Ladesitzung zu starten. Das Ladegerät piept, während es Ihr implantiertes Gerät lokalisiert. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchten ein oder mehrere Kreise auf der Antennenstärkeanzeige auf. Je mehr Kreise Sie sehen, desto stärker ist die Verbindung und desto unwahrscheinlicher ist eine Unterbrechung des Ladevorgangs. Ein erfolgreiches Aufladen ist jedoch auch möglich, wenn nur der äußere Kreis leuchtet. Wenn die Kommunikation zwischen Ihrem Ladegerät und dem implantierten Gerät schlecht ist, leuchtet nur die mittlere Lampe der Antennenstärkeanzeige. Bewegen Sie das blaue Ladepad langsam, bis ein oder mehrere Kreise aufleuchten. Das Ladegerät gibt einen langen Piepton ab und schaltet sich automatisch aus, wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist. In diesem Fall positionieren Sie das blaue Ladepad neu und drücken Sie erneut die Starttaste, um den Ladevorgang zu starten. Sobald die Verbindung erfolgreich ist, passen Sie den Ladegurt an, um die Bewegung des blauen Ladepads zu reduzieren. Wenn sich das blaue Ladepad zu weit von Ihrem Gerät entfernt, kehrt das Ladegerät in den Suchmodus zurück und beginnt zu piepen. Dies macht Sie darauf aufmerksam, dass eine Neupositionierung erforderlich ist. Positionieren Sie das blaue Ladepad langsam neu, bis ein oder mehrere Kreise auf der Antennenstärkeanzeige aufleuchten. Sobald eine gute Verbindung da ist, kann es ein, zwei Sekunden dauern, bis das Piepen aufhört. Während des Ladens blinkt der aktuelle Akkuladestand auf. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, füllen sich die Lichter in jeder Stufe aus. Sobald Ihr implantiertes Gerät vollständig aufgeladen ist, ertönt ein langer Piepton. In der Batteriestandsanzeige leuchten alle vier Stufen vollständig auf und das Ladegerät schaltet sich von selbst aus. Wenn Ihr implantiertes Gerät erfolgreich aufgeladen ist, schließen Sie das Netzkabel an Ihr Ladegerät an und dann in eine Wandsteckdose. So stellen Sie sicher, dass es vollständig aufgeladen und für den nächsten Ladevorgang bereit ist. Um eine gleichmäßige Stimulation zu gewährleisten, ist es wichtig, Ihr implantiertes Gerät regelmäßig aufzuladen. Die Batteriestandsanzeige auf Ihrer Fernbedienung und Ihrem Ladegerät zeigt den Ladezustand Ihres implantierten Geräts an und zeigt Ihnen, wann ein Aufladen erforderlich ist. Die Einplanung einer täglichen Ladezeit garantiert, dass die Stimulation niemals durch eine leere Batterie unterbrochen wird. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihr Nevro-Team. Vielen Dank!